jo leute willkommen zurück bei tag it light minecraft mit unserem projekte lg tv und das v machen wir noch ein bisschen micos baut irgendwas dahinten glaube ich da ja und wenn es auch dabei der mit dem nano selber ja der muss nicht mehr kommt der wichser das wäre nicht sonst gibt er hat beben weiter rp mein kopf ist alles die weine kraft aber nicht so wird das motto was wurde eine mutter wie kriegst du aber nicht kannst du deine schick nach magie ich habe gestern der mutter getroffen ja gar ein paar schwänze gelutscht das egelhafte drecksstück scheiße ja wir müssen die zäller da bist der blick hat nicht die wüste da muss rechtslaufen auf sich bretzt nein scheiße kundig selbst im krieg hat alles zerstört er hat die Hörer ja aufbauen wird das kann ich nicht aufbauen mehr es fehlt einfach alles ja da muss das Neukroft aufbauen vor Ort zum Beispiel drin die Brüderschaft am Tag sachen vom Geheimdiener gelassen wir können sie schauen sind abgehauen da musst du es aufbauen und wieder einfangen du hast doch die komische Kanone oder ja ich töte einfach mal alle Schafe nein weil dann haben wir keine Schafe mehr dann kannst du keine Wolle mehr haben ach fuck die kann ich eh nicht mehr einfangen na gut ich kann nicht mal hier rennen lassen aber warum hat er gedacht du kannst ja mit dieser Karte einfangen das war die Strafe weil du glaubst dass ich dein Muttergäste drauf habe und die Schwänze genutzt hat man hat die Schnauze aufbauen ich bin scheiße ja auch was denn der war halt alter der hat alles zerstört die die MV Quar Charging Bench und 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 was die Charging Bench? Oh die ist teuer äh ok wie heißt die Waffe Safari? deine Mutter Safari Safari Net Launcher ja oh jetzt hat ein guter Problem das ist ja bis zur nächsten Auflage alles wieder hinbauen ja super ja freut euch mal Leute ne können sie ja nicht mehr was machst du eigentlich mit? alles abbauen warum nein das können wir noch stehen das können wir nicht in der Landschaft gehen lassen dann hol doch TNT oder so dann springen alle die Lasergun ja wo ist ja immer noch ein Lauf aber ich will dich arbeiten sehen glaube ich seh nie so ich hab gleich kein Drill mehr ich gib mir dein Lab weg ja wie wärs wenn mal jemand mir helft? nö hat mir jemand geholfen? nö nö ich hab nix machen können in der Zeit ich hab mir nicht genug gefordert uu er hat uns einmal laufen lassen wackel krass alter das ist ja mal hat es hoffentlich machst du auch mal das kaputt und dann darfst du alles auf alles aber alleine ich stehe nebendran und wage die ganze Zeit nur dumm rum ne er steht ja nicht nebendran und wage die also guck mal bei mir nebendran und guck wie wir arbeiten stopp fuck die Henne und den ganzen ganzen Steinball hat es gekostet alles am Arsch alles am Arsch und warum? mein Creeper sich dann mitten rein stellen musste stopp und warum? ja ein Creeper sprengt sich nicht einfach in die Luft da könnte schon immer jemand dazu dass ich neben den Creeper stellen ich hab ihn zu spät gesehen eine Pessung dazu so ich baue immer noch Steine ab so jetzt baue ich erstmal Sandsteine hast du noch von dem Sandstein? im geschnittenen? naja ich nicht mehr doch hast du noch mein Evental ist immer aufgeräumt ich hab immer nur das Zeug dabei was ich grad brauche brauchst du einen Satz Satzheiser und vielleicht so sieht das scheiße aus so jetzt verpiss dich nein verschwinde nein so will ich das auch nicht so geh doch verschwinde nein verschwinde hab ich gesagt jetzt ist tot scheiße ich versuch grad den scheiß Steinball wieder aufzubauen nein ja warum schreibst du die ganze Zeit verschwinde weil die scheiß Schafe da vorne dran rum rennen ja mach dir was da war ich denn woanders hin das sind zu viele das sind zu viele so ja apropos Facebook du hast echt lange bei mir deine scheiß Dinger immer zu posten na gut manche sind gut manche sind gut manche sind gut manche sind gut manche müssen muss ich schmunzeln das stimmt du musst immer schmunzeln du musst immer schmunzeln wenn du deine Mutter schmunzelt wenn ich da bin deine Mutter und Schwänze und schmunzeln ist die Lachteil und du bist Sperma Alter ach sehr weg so ist es euer Niveau ist so kraftlich ja Captain heute sinkt für sie das Niveau nee kann man das essen alter schon länger weg Sanch glatter Sanch seitdem ich mit euch zwei aufnehme also seit ich dich kenne ist es nur weg alter und Fotos wieso echt ich würd mal gern wissen so ich hätte gern mal erst so eine Statistik wie oft derartige Bemerkungen von mir kommen von guter kommen von Markus aber Markus kann nix anderes dann denke ich wahrscheinlich irgendwo bei 2% der Bemerkungen oder so wie hast du die Ecken gemacht die sind auch gehindert die Kommentare die einfach richtig scheiße waren vielleicht wie gestern warte was ist gestern ja irgendwie wetzt sich ja gestern wieder aufgenommen Plänezeit ne und du so ja und du so ja Käse weil ihr habt ihr sagt du so was ist denn mit Käse das hat er behindert es hat er wie hinterst du Kese hallo hast du hast du gehindert das ding ist behindert bau den scheiß hier ist du gehörst du gehörst doch ich hab dir Kacke ist weg gebaut das heißt du musst das mit der Berge bauen ich will warten in den Tumoran wo man rüstet ja wo willst du es denn hin bau ja bau du einfach hin alter ich will doch hin weil ich wollte nein ja ok aber das Ding soll der der vom Tempel steht es heißt nur den Tempel die Idee von der Rift ich habe auch kein Check-Port, das ist das Bittere das geht ja so, sucht du, sucht du mal, sucht du mal eine Höhe, warte mal, gib mal dein Check-Port, ja ja, geh mal her was ist denn das für ein Scheiß, wie hast du denn Scheiß hier gebaut ja, ich hab mir möglich gegeben das behindert ist das mehr nicht das Scheiß-Creeper, wenn es das nächste Projekt was ich mache, ist auf jeden Fall Lampen zu bauen ja, das geht nicht tut mir leid zu meiner Hütte Position und bisschen freiblich sind die Leucht bei Fläche in dem Dschungel, du bist witzig ja, ey, so einen guten Platz, was du denkst wo man abkommt, Alter, das ist doch behindert, das ist das doch du kannst alles abpacken, wir haben Timmerbord ja, aber jetzt nicht so viel, Alter so ein halbem Urwald auf einmal wegweißen da hättest du diesen Griesenberg, Alter wo Tugel draufwächst, da wär eigentlich der perfekte Ort dafür so, gut, dann geh mal weg juhuuu, fertig ja, dann brauch ich jetzt da den Rift hin ja, und dann kommst du zu mir, du bist ein Chat-Pack und dann kommst du jetzt ja, ich kann ja durch den Rift gehen, dein Chat-Pack aufladen nein, kannst du nicht mehr aufladen, weil die MV Charging-Band einfach fehlt sag ich jetzt mal zum Aufladen nicht scheiße, Foto ja, oder bis Foto oder Witz muss alles aufbauen, halt alles also wirklich alles also die Oberauf dem Bergwaffeln gefällt dir oder was? die Oberauf dem Berg ist okay oder was? ja, kannst du ja nicht sehen jetzt einfach so Riesenberg mit dem Dschungel ja, dann holz mal das Holz weg und dann... nein, das Holzwerk holzen kannst du machen das kannst du machen, vielleicht braucht der Holz ja, die brauchst du auch ja, die brauchst du auch ja, die brauchst du auch wie mach ich die... ja, ähm... 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 bestimmtes Hilft-Tool MV Charging-Band haben wir das überhaupt... Exel für Foodtouren haben wir das überhaupt alles sind auf Lager oder muss ich jetzt alles jetzt geworfen nein, wahrscheinlich nicht musst du halt gucken, jetzt wie die musst du geworfen das ist ja... deine Aktion dauert das jetzt dann noch länger, bis wir uns... für Solar Ares haben wir davon brauchst jetzt jeglichen Scheiß wieder, den ich dafür brauch Sven, hast du gerade Langeweile? Warte! die Tür ist verkehrt rum wenn du durch den Rift läufst, fällst du einfach aus der Hauswand raus haha Koffer Jo, Alter so ne Missgib haben wir kein Kabel mehr? ich lauf mal zur Hau ja doch, komm mal ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja, kräftiges Kabel, wenn du kannst mehr haben so ich mach mal mein Metall, ja doch, da ist sie im Fortcharging, weil ich brauchst du gar nicht bauen ich hab eine am Arsch sie ist nicht zerstört, sondern da ist er da ist er! so... 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 jetzt muss ich noch mal zu dir fliegen, Wacke ich komm schon nein, ich muss noch mal dahin und noch mal da durchlaufe, weil wir haben keine Endappellen, das heißt ich kann keine so eine Teleporttür bauen und auch kein so nötiges Wort, weil dafür bräuchte ich drei Endappellen weil ich kann die Tür nicht drehen wir haben jetzt die Ding zu, also wir haben das jetzt wieder da hat er schon gedacht, dass ich ihn töte, Alter naja, wirklich ja, genau und jetzt irgendwas, wo sind wir abgebrochen ich komm da nicht rein, Alter wie kommst du jetzt da raus? nein, ihr bleibt da drin, ihr scheiß verfuckten Viecher F.O.3? überziehst du eigentlich gerade nein nein vielleicht macht das doch, Alter nein, guck mal, ich hab die Uhr im Blick kacken ja, super, jetzt ist er nicht aufgeladen wegen der Unterwechser ach, halt die Schnauze geh einfach kacken, Alter halt die Schnauze du bist eigentlich fähig hier, Alter ohne Witz wozu wozu yes achievement ist der König des Dschungels jawohl hä König des Dschungels weil du Holz abgeholt hackt hast, oder was Alter Junge, ich bin ganz der König des Dschungels geworden ja, warum, Alter na, geil na, geil 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 Wut 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 ich habe ich habe eben merkt über gekillt also das brauche ich gar nicht habe ich nur da gebraucht habe ich sehr man so viele fette kühe so das ist wieder alles repariert zu werden also das ding funktioniert wieder 1 ich bin doch nicht da ich war dahinten ist doch gerade sterben hey ich stehe doch darum ich bin da ist für dich wenn du da hinten bist Markus aufbauen jedes mal hätte ich leise ich war da unten Junge ich war doch da unten alter Markus ich töte dich ich war da unten eine vierte Stunde habe ich den scheiß hier jetzt gebaut kommst du hey ich war da unten alter wir können ja weiß nicht Junge sei doch vorweiter muss der Markus den scheiß noch mal borden dich bist du blöd zum Kack ich habe Enderwege gekillt aber er hat immer wieder zählte fangen die Viecher an mit der Safari Pistole What the fuck mit der Safari Pistole alter in der Ding diese scheiß Tür fuck up also leute nächste Folge Aufbau ist der Schnitzel mal zwei und Schafe einfangen von Markus diesmal Markus war die scheiß Schafe einfache und Sven ja bis demnächst ciao ey du lässt auch alle dui